Du hörst Marius' Lebensimpulse, die Sendung für deinen Persönlichkeitskick. Dies ist eine Aufzeichnung der Live-Sendung von Radio Rheinwelle 92.5. Aus rechtlichen Gründen ist die Musik entfernt worden. Stattdessen hörst du an diesen Stellen einen kurzen Jingle. Ich wünsche dir viel Spaß mit Marius' Lebensimpulsen. Hallo und herzlich willkommen. Zu einer neuen Folge Marius' Lebensimpulse hier auf Radio Rheinwelle 92.5. Ich heiße Marius Schäfer und wir haben heute das Thema geerdete Medialität. Und dazu habe ich mir einen Profi eingeladen. Mit mir hier dabei ist Schauspielerin und medialer Coach Sabrina Koskelk-White. Hallo Sabrina, schön, dass du da bist. Hallo Marius, freut mich total, mit dir hier zu sein. Und heute hier über dieses schöne Thema sprechen zu dürfen. Ja, freut mich auch. Ich habe eben vergessen, das Mikrofon von dir einzuschalten. Deswegen hat man dein Hallo nicht gehört. Ja, wir haben zwei Stunden Zeit, um über das Thema zu sprechen, geerdete Medialität. Ich bin sehr gespannt, was da rauskommt, was das bedeutet. Und was für mich immer sehr spannend ist natürlich, was kann ich für mich mitnehmen oder was kann der Zuhörer für sich da mitnehmen, Medialität? Wie kann ich das in meine Persönlichkeitsentwicklung sozusagen mit einfließen lassen? Und zuerst interessiert mich aber vor allen Dingen, du bist Schauspielerin und wir hatten ja eben natürlich schon mal kurz gequatscht. Nicht erst seit gestern, sondern du hast da jetzt schon eine lange Zeit hinter dir. Wann hast du denn deine Schauspielausbildung gemacht? Mit der Schule, Schauspielschule, bin ich fertig geworden. Da war ich 25, habe vorher aber auch schon immer gearbeitet, wollte das dann aber noch auf professionelle Beine stellen, habe mich entschieden, die Schule zu machen und danach dann losgelegt. Mit klassischer Weg damals für mich, viel beim Bayerischen Rundfunk gemacht und mich da ausprobiert. Wie bist du denn überhaupt erstmal dazu gekommen, Schauspielerin zu werden? Da muss ich ein bisschen ausholen, weil das war tatsächlich nie mein, muss ich wirklich sagen, nie mein eigener Traum. Der Beweggrund, in diese Richtung zu gehen, war jetzt kein besonders schöner. Ich hatte eine zehn Jahre ältere Schwester, für die das immer der absolute Traum war. Also die hat wirklich schon so als kleines Mädchen davon geträumt, Schauspielerin zu werden. Ich nicht. Und sie hat diesen Traum tatsächlich umgesetzt. Und das war, klar, Sandra, Sandra White, Sandra war für mich sowieso das große Vorbild und ein sehr, sehr, sehr wichtiger Mensch. Ich habe sie sehr geliebt. Und als sie dann mit 26 gestorben ist, hat damals eine Gehirnblutung bekommen, war sie gerade so in der laufenden Produktion und kurz davor wirklich ihren klassischen Durchbruch zu schaffen. Und das hat natürlich eine riesen, riesen, riesen Lücke gerissen in unserer Familie, klar. Und meine Eltern haben wahnsinnig getrauert. Es ging, ja, die Welt hat sich einfach nicht mehr gedreht in diesem Moment. Und für mich nicht mehr, für meine Eltern nicht mehr. Und ich habe irgendwie versucht, diese Lücke zu stopfen. Das ist mir dann Jahre später erst mal klar geworden. Natürlich habe ich versucht zu trösten. Das war mir in dem Moment auch schon klar. Aber dieser Wunsch, dann irgendwann in die berufliche Richtung auch von Sandra zu gehen, das, heute ist mir das klar, damals war es mir nicht klar. Das war wirklich so der Versuch, auch da eine Lücke zu schließen, die entstanden ist. Weil meine Eltern auch wahnsinnig stolz waren auf meine Schwester. Und weil natürlich die Schauspielerei für mich nochmal so ein Zugriff auf meine Schwester war. Weil ich nochmal viele Leute kennengelernt habe, die mit ihr auch gearbeitet haben. Weil ich über das Spiel sie auch besser verstanden habe. Ich habe verstanden, was es ihr bedeutet hat plötzlich, warum es unbedingt Schauspiel sein musste. Und dann bin ich auf diesen Weg gegangen, nicht ahnend, dass es gar nicht wirklich mein eigener Herzensweg ist. Ja, so kam das. Und wie kann ich mir das vorstellen? Ist dir das leicht gefallen oder war das dann eben sehr schwer, die Schauspielerei zu betreiben? Meine Schwester war, die war viel extrovertierter. Ich war unheimlich schüchtern. Ich habe mich irgendwie nicht Piep und Papp sagen getraut. Meine Schwester war immer irgendwie Hans Dampf an allen Gassen. Ich bin erstmal so, oh Gott, in den Raum rein, dann gucke ich erstmal, wo kann ich an der Wand lagen. Und wenn ich merke, dass Terrain ist sicher, dann traue ich mich ein bisschen. Also grundverschieden im Prinzip. Und trotzdem war es eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, ein wichtiger Weg für mich. Schwer für mich total, über diese Hemmschwelle zu kommen, was augenscheinlich meiner Schwester leicht gefallen ist, war für mich harte Arbeit. Ich habe mich entschieden, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, die ich von ihr auch kannte, die mit ihr gearbeitet haben. Bin da auch in Ausbildung gegangen. Und ich hatte so das Gefühl, ja, ich habe die Leute auch irritiert damit, dass ich das plötzlich jetzt auch machen wollte. Und kannst du dich noch daran erinnern, wie du das sozusagen geschafft hast, obwohl es für dich so schwer war, da durchzugehen? Also gerade dieser Kontrast, den du beschreibst vorher, das graue Mäuschen, was sich eher versteckt. Was war dein Trick oder was war deine Methode, um das zu verändern? Ich würde nicht sagen, Trick oder Methode. Ich bin dran geblieben. Also was hat dich dann motiviert, da dran zu bleiben? Ja. Wie kann ich es am besten beschreiben? Es gibt immer was, was mich oft in meinem Leben herausgefordert hat, wenn es irgendwo hakelig und schwierig war, dass ich mir gedacht habe, nee, und jetzt erst recht so. Das habe ich dieses, also Gott sei Dank dieses, ich beiß mich durchgehen und ich, wie sagt man heute so schön oder wie steht es auf diesen Postkarten, hinfallen, okay, aber dann aufstehen, Krönchen richten, weitergehen so. Und das hatte ich Gott sei Dank immer. Ich wurde selber neugierig. Ich habe gemerkt, dass da mehr dahinter ist, als dieser eine schüchterne Part, der sich nicht so aus sich raustraut. Aber dass dahinter, darf ich jetzt vielleicht auch so sagen, auch irgendwo eine Rampensau steckt. Dass ich nicht eins zu eins die bin, die ich in diesem Augenblick vielleicht gerade wahrnehme, sondern dass da viele Facetten und viele Aspekte sind. Das habe ich schon gemerkt. Habe ich gemerkt über, und das hat mir geholfen, über dieses Einlassen auf Rollen, auf bestimmte Figuren. Und dann ist was Spannendes passiert, weil ich mich im Schutz einer Figur, im Schutz einer sozusagen Maske, die ich tragen konnte, habe ich mich auf einmal was getraut. Und es war mir sehr viel angenehmer und sehr viel leichter, als ich als Sabrina macht da die Show. Das war immer schwierig damals. Aber im Schutz einer Rolle ging das gut. Und dann ist was aufgebrochen. Da kam dann irgendwas in Gang. Könntest du dann sagen, dass das im Endeffekt eine Empfehlung wäre für jeden, der ein graues Mäuschen ist, dass er sich irgendwie einen Schauspielbereich sucht, wo er sich maustoben kann? Oder würdest du sagen, da gibt es Grenzen, dass das nicht für jeden geeignet wäre? Ich finde, es ist eine ganz tolle Erfahrung. Und wer da Lust hat und eine Möglichkeit findet, wunderbar, weil es in jedem Fall hilft, mal Aspekte von sich selber besser kennenzulernen. Und auch mal merkt, hey, vielleicht fällt mir auf einmal irgendwas total leicht, was ich vorher aber abgelehnt habe. Vielleicht gehe ich auf einmal in der Rolle der großkotzigen Tosnel da vollkommen auf, obwohl ich vorher gesagt habe, nee, das geht ja gar nicht. Und da kommt schon was in Gang. Das ist schon spannend. Also wer da mal Lust hat, sich mal auf die Schliche zu kommen, weil man kann vorher ja nicht, ich kann ja vom Kopf her nicht sagen, ah ja, wenn ich das mache, dann wird es sich wahrscheinlich so und so anfühlen. Das, was da in den Fluss kommt, ist eben so spannend. Und auf einmal tut man Dinge, die gibt einem der Kopf nicht mehr vor. Und dann ist man eben, ja, wirklich im Flow, wie es so schön neudeutsch heißt. Und dann beginnt es Spaß zu machen. Das ist ja auch im Schauspiel etwas, wenn du nicht mehr vom Kopf her überlegst, ah, was muss ich tun, damit ich so und so wirke. Sondern wenn sich das verselbstständigt, dann wird es spannend. Und kannst du dich erinnern an deine Ausbildung? Gab es da irgendwas, was dich besonders geprägt hat? Deine Persönlichkeit? Also gab es da bestimmte Momente, die du heute noch in Erinnerung hast, wo du weißt, boah, das war echt hart oder das war besonders wertvoll? Beides hart und wertvoll, kann ich da nur sagen. Ich habe schon gesagt, ich glaube, ich habe einfach Leute irritiert, die meine Schwester auch kannten, dass ich jetzt da plötzlich stand und das auch machen wollte. Und mein damaliger Schauspiellehrer, dem ging das, glaube ich, auch genauso. Ich kann bis heute nicht so richtig sagen, ob der das gut fand oder schlecht fand, ich weiß nicht. Ich weiß, er war natürlich auch ein guter Psychologe im Nachhinein und wohl auch medial veranlagt, weil er zu mir gesagt hat, irgendwann, naja, es wäre eigentlich schade, wenn ich es wirklich wollen würde, dann könnte ich was erreichen. Aber so werde ich immer eine Spaziergängerin bleiben, war der Satz, mit dem ich von der Schule gegangen bin. Und damals habe ich mir gedacht, der Blödmann, Entschuldigung, aber wie kann der das wissen? Ich will das doch, aber tatsächlich hat er schon gespürt, was ich Jahre später selber entdecken durfte. Dass das, wie ich eingangs schon gesagt habe, eigentlich gar nicht wirklich mein Herzensweg war. Aber um deine Frage zu beantworten von Anfang an, die Schule war, das war eine ätzende Zeit für mich, weil ich da nie so richtig, ich konnte für mich da nie so richtig Fuß fassen. Ich hatte auch, ich weiß nicht, heute würde man vielleicht sagen, eine Mobbing-Erfahrung. Also ich habe mich da als schwarzes Schaf gefühlt, ja, also war nicht so angenehm. Und ich hatte immer so das Gefühl, hey, wenn, ja, auch nicht richtig gesehen zu werden, was dann halt so passiert, was dann so losläuft. Und fing dann an, was ich vorhin schon gesagt habe, dieses, hey, und jetzt erst recht zu entwickeln. Und dann habe ich mich entschieden, das auf meine Art und Weise zu machen. Also ich bin angeeckt, weil ich gesagt habe, ich möchte gerne drehen, mich interessiert die Arbeit vor der Kamera. Dann war das da schon mal nicht so toll, weil der Mann, von dem ich spreche, ist ein absoluter Theatermann. Der war dann auch nicht so begeistert. Dann habe ich während der Schule schon ein bisschen gearbeitet, dann waren die anderen eifersüchtig und so. Das war nicht so easy. Und dann habe ich gesagt, okay, auch vor der Zeit, ich habe es auch nicht beendet, ich bin ein Jahr vorm Abschluss gegangen, habe gesagt so, ich wage jetzt einfach den Sprung ins kalte Wasser und mache mein Ding. Und deswegen schwer und wertvoll, weil es wieder diesen, es hat so einen Kern in mir getriggert, der mir dann irgendwann die Power gegeben hat. Und ich habe nicht mehr abgewartet, sondern ich habe gesagt, ich mache es jetzt einfach. Und dann, ja, war auch gut. Ab da wurde es dann, ich weiß noch, das erste Casting, das ich gehabt habe nach der Schule, das hat dann total Spaß gemacht und hat auch direkt geklappt. Und witzigerweise in einem Bereich, wo man mir während der Schauspielschule immer gesagt hat, also das, das wird nie was. Also witzig sein wirst du nie, Komödie wirst du nie machen können. Und das war genau das Erste, was ich gekriegt habe, was geklappt hat, das erste Casting. Ich habe immer gedacht, siehste, lass dir nicht einreden von anderen, es ist so oder so, mach deine eigenen Erfahrungen. Das heißt, was war das erste Casting, wo bist du da gelandet? Oh Gott, das ist ja alles schon so ewig lange her. Das war eine Comedy-Sendung beim Bayerischen Rundfunk und von da an hat sich dann über einen ganz, ganz langen Zeitraum eine Zusammenarbeit entwickelt. Ja wirklich von gespielten Sketchen über eine Sendung mit eigenen kleinen Anteilen, Moderationsgeschichten. Und da habe ich dann eben auch gemerkt, da war es dann wieder, wie schwer es mir fiel, als Sabrina vor der Kamera zu stehen und wie viel Spaß es mir gemacht hat, als Rolle XY irgendwas zu machen. Also das war eine ganz spannende Zeit. Ja, gebürtig bist du, glaube ich, aus Landshut, oder? Genau, Landshut. Man hört dir dein Dialekt jetzt aber gar nicht an. Da bin ich froh, wenn ich ganz ehrlich bin, ohne die Bayern bloß gieren zu wollen. Ich liebe den Dialekt, ich spreche den auch gerne. Können wir uns in Bayerisch unterholen. Bayerisch kennen wir auch. Ich war auch, immer wenn ich nach Bayern komme, um da nochmal meine alten Läupen abzuklappern, dann haue ich da auch voll rein, dann spreche ich wieder so wie früher. Aber ich bin auch natürlich klar, das war natürlich auch berufsbedingt. Ich wollte jetzt nicht so eingegrenzt sein, dass ich nur im Dialekt besetzt werden kann und überhaupt auch grundsätzlich. Also ich finde es schön, wenn man ein gutes Hochdeutsch sprechen kann und man nicht unbedingt hört, woher einer kommt, wenn man es nicht will. Aber ich liebe Dialekt sehr. Ja, es ist eine schöne Möglichkeit, also Dialekt ermöglicht es einem wirklich auch nah bei sich zu sein. Es war zum Beispiel eine schöne Sache in der Arbeit, auch wenn mir irgendwelche Texte, irgendwelche Sachen schwergefallen sind und ich gemerkt habe, hey, das hört sich für mich selber, wenn ich es spreche, nicht wahrhaftig an, habe ich es in den Dialekt übersetzt und dann hatte ich sofort den richtigen Ton. Also das ist schon, das ist nah an einem dran, der Heimatdialekt, klar, natürlich. Ich habe mir einfach mal hier deine Filmografie oder wie auch immer man das nennen mag, natürlich angeschaut und einfach nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Also du hast eben viel im bayerischen Fernsehen gemacht. Ich habe gestern mal auf YouTube geguckt, die Komiker habe ich da gefunden. Genau, ja, das war zum Beispiel sowas, die Komiker, ja. Und ja, Komödiantenstadel sehe ich hier, die Rosenheim Cups, Soko 5113, Fünf Sterne, Forsthaus, Falkenau und Kinofilm, das super Vibe, wo du überall mitgewirkt hast und noch viel, viel, viel mehr. Da würde ich natürlich auch noch gerne mehr erfahren, welche Erfahrungen du gemacht hast, was du da gemacht hast und ich spiele uns jetzt aber erstmal ein bisschen Musik und dann bin ich sehr gespannt, was du noch so aus dem Nähkästchen plaudern wirst. Ich auch. Das war zuerst Mike Oldfield mit Inner Child und danach Mowgli mit Alaska und du hörst Radio Rheinwelle 92,5 Marius Lebensimpulse und mit mir hier im Studio die bezaubernde Sabrina Gosselk-White, Schauspielerin und mentaler, wollte ich sagen, Entschuldigung, medialer Coach. Medialer Coach. Genau. Dankeschön. Und wir sind im Moment bei deiner Schauspielerei. Du hast viele, viele, viele Jahre Schauspielerfahrung und zum Beispiel sehe ich hier das Supervibe. Und das war 1996, kannst du dich da noch dran erinnern? Das ist wirklich lange her, oh wei, oh wei. Ja, das war eine kleine Rolle und das war, das war zum Beispiel noch, erinnere ich noch, während meiner Schauspielausbildung und das war schon spannend, also schon aufregend, so plötzlich mit den damals so angesagten deutschen Stars und Sönke Wortmann und so, die alle mal kennenzulernen, ja, das hat großen Spaß gemacht, also war wirklich eine kleine Rolle. Aber das sind ja dann so die Momente, wo man sich denkt, hey, ich schaffe das schon, das wird, das ist ja dann auch Futter für den nächsten Schritt, den nächsten Schritt, den nächsten Schritt. Und da bin ich wirklich relativ, da bin ich einfach hingefahren, da habe ich mich dann getraut. Und dann hat es geklappt und das sind ja schöne Erfahrungen, die so wichtig sind. Also gerade bei dem Film kann ich mich daran erinnern, dass der war in aller Munde, also da haben wir drüber geredet und diskutiert und den auseinandergenommen. Und wie hast du das für dich damals erlebt? Du hast ja eben schon gesagt, es war etwas Besonderes, aber wie war das für dich, bei so einem Kinofilm mitzuwirken? Wie gesagt, das war wirklich eine kleine Rolle. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte einen Drehtag da am Set. Trotzdem, also ich meine, ich habe keine Vorstellung, wie so ein Dreh abläuft. Also ich weiß nicht, ob das jetzt eine deiner ersten Erfahrungen war. Wie kann ich mir das vorstellen? Man geht erst mal morgens gemütlich einen Kaffee trinken und dann hält man halt sein Gesicht so ein bisschen in die Kamera. Oder wie läuft sowas ab? Also für mich war es damals ultraspannend, auch mal auf so einem Filmgelände zu sein, die Leute überhaupt mal kennenzulernen, mal in diesem Rahmen. Das war natürlich schon nochmal eine andere Geschichte als, ich weiß nicht, was habe ich früher gemacht? Vor der Schule noch habe ich Karl-May-Festspiele irgendwo in Österreich gemacht. Das war auch super witzig, aber das war jetzt natürlich schon nochmal ein nimmelweiter Unterschied. Ja, aber im Großen und Ganzen muss ich wirklich sagen, alle Freunde, die mal mitkommen wollten zum Dreh, die gesagt haben, ah, wie spannend, kann ich mal zugucken. Dem muss ich sagen, stellt euch da nicht zu viel vor. Wenn es jetzt nicht gerade irgendwie so eine Action-Szene ist, wo sich was bewegt, das ist eigentlich zum Zugucken relativ langweilig, weil das meiste ist dann doch Wartezeit beim Film. Es ist wirklich so. Es ist einfach ein Wahnsinnsaufwand, bis sämtliche Einstellungen im Kasten sind, bis es passt, bis das klarenste Detail stimmt. Und je mehr Leute beteiligt sind, umso langwieriger ist es, ganz klar. Also das meiste ist Wartezeit und dann lernt man auch geduldig zu sein. Und ich habe Sockenstricken gelernt in der Zeit, weil ich irgendwann einfach irgendwas machen wollte. Das war gar nicht so schlecht. Heute könnte ich es nicht mehr, aber es gibt noch Socken von mir, ja. Also Geduld ist schon mal eine der Qualitäten, die man entweder mitbringen darf oder die man dann erlernt bei dem Film. Definitiv, ja. Was ist denn einer deiner größten Erfolge, würdest du sagen? Oder was ist erstmal für dich der größte Erfolg in deiner Schauspielkarriere gewesen? Ja, es gab, es gibt zwei Filme, die mir da tatsächlich sehr am Herzen liegen und die wirklich, ja, die ich für mich als durchaus als Erfüllung eines Traums sehe. Und zwar gab es die Verfilmung von dem Wildschutz Jennerwein, das wird man jetzt hier weniger kennen. Es gibt, da streiten sich die Bayern und die Tiroler heute und die Österreicher noch heute noch um die Legende Jennerwein. Jennerwein war ein Wilderer, ein Wildschutz, der den Reichen des Wild weggeschossen hat, uns unter den Armen verteilt hat. Das ist eigentlich so eine Robin-Hood-Figur. Also wie gesagt, Legende, es gab ihn tatsächlich, wie genau sein Leben verlaufen ist. Es gibt so ein paar Anhaltspunkte von diesem Jennerwein, weiß man nicht. Und es wurde natürlich noch dramaturgisch aufgearbeitet. Aber es war eine tolle Verfilmung mit Fritz Kahl als Jennerwein und mit Christoph Walz als sein Gegenspieler. Und ich durfte tatsächlich die Liebe spielen zwischen, die Frau zwischen diesen beiden Männern. Die es tatsächlich auch gab. Ja, das war eine ganz tolle Sache. Es ist zum ersten Mal wirklich eine, also A, historisch, wofür mein Herz einfach schlägt. Vielleicht bin ich da auch so ein bisschen gerne die ewiggestrige, aber historische Produktionen, die klingen irgendwas ganz, ganz tief in mir an. Und dann hatte ich einfach auch mal, es war eine schöne Hauptrolle und ich konnte was erzählen. Und das kommt auch als Schauspieler nicht allzu oft vor, dass man das mal darf und dass man da von sich selber auch so viel, also von sich selber, aber eigene Interpretationen auch mal reingeben darf. Und es war eine, es war sehr, es ist wirklich ein Alpenwestern geworden. Und auf den bin ich richtig stolz, auf den Film. Das war toll. Und die Response darauf war eine weitere historische Produktion. Der Film heißt In einem anderen Leben. Und da durfte ich eine junge Roma spielen, die von Auschwitz flüchtet und auf der Flucht sich in den deutschen Lanzer verliebt und mit ihm flüchtet, von dem schwanger wird. Und ja, und das war, also das sind beides Figuren geworden, noch mehr die zweite, diese Roma, die ein Eigenleben entwickelt haben für mich, an die ich immer noch, also manchmal immer noch zurückdenke, die sind mir wie Freundinnen geworden. Also das, die haben auf alle Fälle ein Eigenleben bekommen. Und da, ja, also das ist, was es ist ja nicht, du hältst hier jetzt meine Filmografie in deinen Händen gerade, da gucke ich drauf, das ist eine lange Liste, dann denke ich mir, eieieiei, was habe ich alles gemacht, um meine Miete zu bezahlen? Aber es gibt eben auch die zwei Sachen und auf die bin ich richtig stolz, ja. Deswegen hat sich, also dafür hat sich all das gelohnt, was ich da, was man halt auch in Kauf nimmt, ja. Himmelhoch, wie heißt es schön, Himmelhoch jauchzen und zu Tode betrübt mit allen Ups und Downs, die man da hat, ja. Dafür hat es sich gelohnt. Kannst du dich noch erinnern, wie du dich auf die Rolle in dem Film in einem anderen Leben vorbereitet hast? Da bin ich tatsächlich nach Polen geflogen und habe mir Auschwitz einmal selber angeguckt. Das war meine Vorbereitung, ja. Ja, braucht man, glaube ich, jetzt gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ja, was mich natürlich da generell interessiert ist eben, ist das dann etwas, was du einfach als Schauspielerin sehr spontan machst, dass du sagst, okay, jetzt fühle ich mich in die Rolle rein, jetzt schlüpfe ich da rein, jetzt spiele ich das einfach? Oder ist da Vorbereitung doch ein wichtiger Bestandteil, dass ich eben irgendwie recherchiere, dass ich mehr Informationen sammle oder macht das dann einfach einen guten Schauspieler aus, dass man dem jetzt irgendwas gibt und sagt, spiel mal einen bösen Jäger und dann kann der das? Da kommen wir jetzt schon fast rein in diesen Bereich Medialität, ja. Ich glaube, sowohl als auch aufgrund der Facetten, die wir so in uns haben. Es gibt Dinge, die fallen, die sind mir wahnsinnig leicht gefallen. Da hatte ich das Drehbuch in der Hand und witzigerweise eben beim ersten Durchlesen, entweder ich habe sofort gesehen, aha, die ist so und so. Und das war sofort klar. Oder aber, wenn ich mich daran gehalten habe, also dieser erste Impuls, dann war es immer gut. Oder aber ich habe gemerkt, okay, gut, und das passiert ja auch, dass man manchmal, es gibt ja schon klassischerweise auch Fehlbesetzungen, ja. Wenn das einem irgendetwas schwerer fällt oder man in einem Bereich unterwegs ist, keine Ahnung, wenn ich, ich musste in diesem Film in einem anderen Leben jetzt zum Beispiel Geige spielen und ich kann es leider nicht, ja. Klar darf ich mich dann vorbereiten und muss mich auf den Hosenboden setzen, musste mir von einem sehr, sehr geduldigen Menschen, Gott sei Dank, zeigen lassen, wie ich das Ding wenigstens halbwegs so halte, dass man nicht sofort schreit, wenn ich die Geige in der Hand habe, ja. Also natürlich gibt es da auch einen Part, der einfach, ja, der auch Fleißseinsatz braucht, ja. Aber manche Sachen, da habe ich richtig gemerkt, hey, da ist, ich weiß, wie die tickt. Ich habe, oder wäre vielleicht auch wie so eine Art Déjà-vu, ich bin nicht deswegen auch so in diesen historischen Rollen immer so aufgegangen. Ich hatte das Gefühl, das ist so nah an mir dran. Und, Entschuldigung, was würdest du sagen, ist für eine Schauspielerin im Endeffekt die größte Herausforderung? Nur, du hast eben schon die Geduld erwähnt, aber jetzt so von der Persönlichkeit oder für dich persönlich, was gibt es so, was herausfordernd ist? Oder was ist die größte Herausforderung der Schauspielerei? Den Nerven zu bewahren, muss ich wirklich sagen. Also, ich habe es immer ein bisschen getrennt. Ich habe es getrennt von dem, hey, ich habe es geschafft und ich bin besetzt. Ich stehe da auf der Liste und morgens kommt ein Fahrer vorbei und bringt mich ans Set. Und zu dem Part hin, bis es mal soweit ist, muss ich was auch immer tun. Also, mich selber, meine Haut ja irgendwie zu Markte tragen im übertragenen Sinn, mich verkaufen irgendwie. Und das hat mich aufgerieben, das muss ich wirklich sagen. Das fand ich, fand ich sehr, sehr anstrengend. Ich bin nun mal nicht jemand, der irgendwie so gerne irgendwie, ja, super, hier, Filmfest da, Filmfest da. Und ich zeige mich überall und ständig bei den Casteren auf der Matte stehe und so. Das habe ich immer nicht so gerne gemacht. Ich habe mich gerne gezeigt, wenn ich tatsächlich irgendwie gerade jetzt mal so einen Film laufen hatte oder so. Dann hat mir das Freude gemacht. Aber wenn ich das nicht hatte, dann kam ich mir da immer blöde vor. Dann habe ich mich sehr unwohl gefühlt. Und das war, die Herausforderung war, sich für mich, sich zu verkaufen. Ja, genau. Immer wieder von vorne anzufangen. Also, das war tatsächlich das Gefühl. Ich hatte das, nach diesen schönen zwei Filmen zum Beispiel, ja, habe ich Dinge zu hören gekriegt, wie, hey, super, Sabrina, das nächste Ding ist der Bayerische Filmpreis. Und dann kam gar nichts mehr. Dann hatte ich ein Jahr lang keinen, überhaupt keinen einzigen Drehtag, ja. Und ich konnte es nicht fassen. Ich wusste nicht, woran liegt das? War es doch schlecht? Oder da stellt sich ja einmal komplett für einen alles auf den Kopf, ja, neben der existenziellen Angst, die man da noch hat, so. Ja, das heißt, wie bist du da … Das fand ich herausfordernd. Ja, wie bist du mit dieser Herausforderung umgegangen? Das war eine super Krise für mich. Und wie das dann so ist, wenn man eben aufsteht und sagt, okay, und jetzt weiter und jetzt durch, stellt man hinterher fest, dass diese Krise Gold wert war. Ja, also heute muss ich sagen, Gott sei Dank kam diese Krise in mein Leben, weil ich mich dadurch aus der Not heraus einfach die Notwendigkeit gesehen habe, mal hinzuschauen, was passiert da eigentlich? Warum funktioniert es in meinem Leben jetzt auf einmal nicht mehr? Was habe ich falsch gemacht? Oder was ist überhaupt falsch? Was ist richtig? Und das war der Aufruf tatsächlich, ja, mich zu interessieren dafür, wie das Leben überhaupt funktioniert. Und mich auch mehr auf etwas zu verlassen, was man innere Stimme nennt. Ja, genau. Da kommen wir auch noch weiter drauf zu sprechen. Ich nehme mir das Studium auseinander. Da kommen wir noch drauf zu sprechen. Ich bin noch ein bisschen neugierig jetzt einfach, was die Dreharbeiten angeht. Du hast ja eben das schon noch ein bisschen erwähnt. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie viel Einfluss hast du auf so eine Rolle? Also wie sehr, weil du gesagt hast, es geht auch ein bisschen darum, sich quasi zu verkaufen. Inwiefern kannst du als Schauspielerin Einfluss nehmen und sagen, also ich würde das aber lieber so formulieren oder ich würde aber lieber anders handeln in so einer Situation? Es ist tatsächlich auch immer abhängig von der Produktion, vom Regisseur. Ob die schon, manche wissen natürlich, so möchte ich es haben, ganz genau so und geben einem da einen sehr schmalen Grat vor, auf dem man sich bewegen darf. Andere lassen dir sehr viel mehr Freiheiten. Ich habe eigentlich immer die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mit Freude und mit Kreativität bei der Sache war, konnte ich auch mal sagen, hey, darf ich es mal so versuchen? Fühlt sich für mich eher so stimmig an oder so. Und dann durfte ich das auch. Also muss natürlich entsprechend auch was dabei rauskommen. Muss natürlich auch stimmen. Aber das ist wirklich, das war einfach von Produktion zu Produktion unterschiedlich. Also für eine Sache eben musste ich auch, ich musste für meine Figur in diesem Film, von dem ich da gesprochen habe, in einem anderen Leben. Also für die und um die musste ich richtig kämpfen, weil ich die, also ich wusste, wie die tickt. Lehnerl heißt diese Figur, das war mein Lehnerl und ich wusste, das Lehnerl ist so. Und hatte da irgendwie, ich war damals vom Sender gesetzt, aber der Regisseur irgendwie hatte keinen Bock auf mich. Und da musste ich mich richtig durchbeißen. Und ich wusste trotzdem, und das ist meine Figur, die spiele ich so. Und ich habe Schwierigkeiten gehabt und Reibereien gehabt, irgendwie bis zum ersten Drehtag. Und als ich da stand und habe angefangen, dieses Lehnerl leben zu lassen, dann waren sie still. Weil jeder, also sie waren berührt, ja. Zumindest die meisten. Das habe ich gespürt und viele haben es mir auch gesagt, dass es funktioniert hat. Ich wusste, ich spüre die, ich habe die im Herzen und ich kann die jetzt rauslassen. Und dann hat es gestimmt und dann war gut. Und dann durfte ich sie so geben. Heißt das, dass man als Schauspieler auch sehr konfliktfähig sein muss? Also man muss schon was einstecken können. Die Erfahrung habe ich gemacht, so zart beseitet, ist nicht so gut. Ja, man musste sich da schon auch manchmal was anhören, ja klar. Und es geht halt auch direkt ungefiltert irgendwie auf die Zwölf. Weil ich habe ja kein Brötchen gebacken, das irgendwie heute ein bisschen nicht ganz so fluffig ist und innen klebt. Und ich kann sagen, ja Entschuldigung, da ist mir irgendwie noch eine Handvoll, weiß ich nicht, was reingerutscht in den Teig. Aber morgen sind sie wieder gut. Sondern ich bin es selber. Dann war ich schlecht oder ich war gut, wie auch immer. Und das darf man schon nehmen können. Ist das denn was, was man auch in der Schauspielschule lernt, damit umzugehen? Ich habe es so nicht gelernt. Ja, das war der Effekt, den das Ganze hatte. Aber nicht konkret als Fach, so Konfliktbewältigung oder Ähnliches. Nein. Sehr spannend. Wenn du, liebe Hörerin, liebe Hörer, eine Frage hast an die Sabrina, dann kannst du gerne eine E-Mail schreiben. Die landet hier direkt im Studio. Die E-Mail-Adresse ist die bekannte Adresse radio-at-marius-schäfer.de radio-at-marius-schäfer.de oder du kannst auch eine SMS oder ein WhatsApp an die 0170 65 64 165 schicken. 0170 65 64 165 Das war Skinhead O'Connor. Das haben wir damals immer so spaßigerweise gesagt. Sina D'O'Connor, weil sie hatte ja eine Glatze, ne? Nothing compares to you. Und John Osborne, one of us. Hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Du hörst Marius Lebensimpulse. Und mit mir hier im Studio. Heute zum Thema geerdete Medialität. Schauspielerin und medialer Coach Sabrina Gosselk-White. Wir haben jetzt schon etwas ausführlicher über deine Schauspielkarriere geplaudert und du hast schon erwähnt, dass es da eine Phase gibt, wo du quasi von dem Erfolg erstmal abgestürzt bist. Das war so, so stelle ich mir das vor, du hast den Film gemacht und hast unheimlich viel schönes Feedback bekommen. Es war eine besondere Rolle und aus diesem Hoch heraus war auf einmal ein Jahr Pause. Ich hatte schon gefragt, wie bist du da mit dir umgegangen? Wie betrachtest du das jetzt im Nachhinein? Wenn du heute zurückblickst, was würdest du sagen, warum war die Phase wichtig für dich? Weil die Phase war wichtig für mich, weil es eine Kurskorrektur bedeutet hat für mich. Und ich mir über viele Dinge klar geworden bin. Natürlich nicht auf einmal und nicht auf Knopfdruck, aber wie das also ist bei Krisen, wenn man durchgeht und hinterher immer innehält und zurückschaut, erkennt man, warum das wichtig war. Und ich war nicht auf meinem Weg tatsächlich, ich war nicht auf meinem Herzensweg. Es war gut für mich, diese ganze Geschichte, diese ganze Entwicklung hat mich herausgefordert, hat mir geholfen, über meine, heute quasi den Leuten ein Loch im Bauchwand sein muss. Damals habe ich mich nicht getraut, den Mund aufzumachen. Ich war unheimlich schüchtern, wie ich schon gesagt habe. Es hat mir geholfen, aus mir rauszugehen. Und es war augenscheinlich nicht wirklich mein Herzensweg. Wann oder wie bist du denn drauf gekommen, dass es nicht dein Herzensweg ist? Ich habe ja gesagt, so nach der, nach diesen Dreharbeiten mit wirklich einem Korb voller Lorbeeren sozusagen, ging gar nichts mehr. Und dann fing ich an, mich so langsam selber zu zerfleischen, zu demontieren. Und ich habe mir gedacht, warum passiert das alles in deinem Leben? Wieso? Was habe ich falsch gemacht? Habe ich überhaupt jemals was richtig gemacht? Was mache ich da eigentlich? Warum wolltest du unbedingt Schauspielerin werden? Ich kann mich erinnern, dass meine Schwester eben noch da war. Und als sie ihr es gemacht hat, da wollte ich was ganz anderes machen. Ich wollte Künstlerin, also bildende Kunst studieren und wollte, ich weiß nicht was, ich hätte mir vorstellen können, in Richtung Architektur zu gehen, Malerei, Keramik, all das. Das war tatsächlich ja auch schon im Plan und ich habe schon begonnen, es umzusetzen, aber dann eben kam sozusagen diese innere Abberufung, du machst jetzt das. Und das war die Kurskorrektur. Ich habe mich wirklich gefragt, wie jetzt weiter? Will ich so weitermachen? Möchte ich mich jetzt weiter da hineinfressen? Oder höre ich auf das, was da heimlich, still und leise in mir ruft? Nämlich schau hin. Willst du es wirklich? Ist es wirklich dein Weg? Das habe ich gemerkt. Das heißt, was hast du dann ganz konkret gemacht? Zu der Zeit? Wie lange ist das her? Kannst du dich noch erinnern? Das werden jetzt so zehn Jahre, knapp zehn Jahre, genau. Zu der Zeit, das war ja nicht wie das Leben, das ist Spiel. Das war ja nicht die einzige Krise. Zu der Zeit habe ich auch gesehen, wie mein Mann sich so langsam runterwirtschaftet, der so schnurstracks auf seinen Burnout zumarschiert ist. Das heißt, ich bin ausgefallen finanziell. Natürlich ist man dann ja jetzt auch keine großartige Bereicherung mehr, wenn man so als Trauerkloster sitzt und sich ständig überlegt, Scheiße, wie wird es denn werden? Das hat unbewussterweise natürlich auch viel Belastung für meinen Mann bedeutet, den ich nicht belasten wollte. Und das ging immer so weiter. Dann kamen noch tausend andere Dinge dazu. Also Krise irgendwie auf ganzer Bahn, auf ganzer Ebene. Und dann hat die damalig behandelnde Ärztin meines Mannes, hat gesagt, hey, hat das Kind beim Namen genannt, hat gesagt, das ist Burnout. Und wenn Sie jetzt noch weitermachen, dann sehen wir uns im Krankenhaus. Machen Sie was. Ich kann das Körperliche auffangen, aber Sie dürfen ja auch mal gucken, wo es wirklich herkommt. Und gab ihm ja eine Möglichkeit, mal hinter die Kulissen zu gucken und landete dann, gab ihm zwei Flyer. Er hat den klassischen Weg ausprobiert, klassische Psychotherapie. Das war nicht so seins. Und dann hat er eben noch Transformationstherapie ausprobiert und brachte Kataloge mit und brachte Bücher mit und legte die zu Hause auf den Küchentisch. Und in diesen Katalogen, die ich natürlich sofort in die Hand genommen habe, aufgeschlagen habe, stand dann, hey, Lebenskrise, was ist zu tun sozusagen? Wer sind wir eigentlich? Wo kommen wir her? Was wollen wir in unserem Leben? Und welche Glaubensmuster liegen dem zugrunde? Wollen Sie Ordnung in Ihr Leben bringen? Dann haben Sie die und die Möglichkeiten. Und ich habe gedacht, ich springe gleich an die Decke vor Begeisterung, vor Aufregung, weil ich zum ersten Mal gesehen habe, okay, andere Leute stellen sich also auch die Fragen. Ich bin nicht der Einzige, der jetzt Probleme hat. Und es gäbe eine Möglichkeit, mal zu gucken, wo ist das denn alles entstanden? Wo ist meine Schieflage entstanden? Weil mir, was mir natürlich bewusst war, ist, dass ich immer wieder mich in Kreisläufen bewegt habe. Dass alte Muster immer wieder sozusagen Zugriff auf mich hatten. Und das habe ich gesehen, aber ich wusste nicht, was mache ich denn jetzt damit? Wie komme ich jetzt aus diesen Mustern raus? Ich war so voll mit diesen alten Sprüchen. Wie man sich bettet, so liegt man. Und du bist deines eigenen Glückes Schmied. Und wieder in den Wald rein rufst du, kommt es auch wieder raus. Stimmt ja auch alles. Ich liebe diese Sprüche auch sehr. Aber es hat mir nicht geholfen, sozusagen in meinem inneren Keller aufzuräumen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe also gesehen, hey, man kann Kurse machen, man kann Seminare besuchen, man kann sich um diese Dinge kümmern. Und das habe ich dann auch gemacht. Also mein Mann damals für sich, ich dann für mich. Und da kam ich aber eben auch zuerst mal, zum ersten Mal dazu, mich mit der Medialität wirklich auseinanderzusetzen. Also da gab es damals noch ein Angebot, entdecke deine eigene Medialität, wie auch immer. Und da habe ich gedacht, das zog mich. Der Kopf hat gesagt, oh nee, was machst du denn jetzt? Das ist irgendwie so ein Spirokram, lass mal lieber. Aber das Herz fing einfach an, wie wild zu schlagen. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, ich mache das jetzt. Um meine alten Themen zu klären, um danach wieder, um alles wieder ins Laufen zu bringen. Um dann wieder in den alten Job zurück zu können. Das war damals meine eigene Vorgabe, sozusagen. Da gab es ein bisschen anders. Das heißt, bist du da direkt sozusagen in die Medialität reingerutscht oder war das erst mal was anderes? Das war sozusagen, das waren die ersten Seminare, für die ich mich damals eingetragen habe. Es war aber nicht meine erste Erfahrung mit Medialität. Nur ich wusste nicht, es war mir nicht klar, so zu sagen. Also ich wusste nicht so richtig, dass das, was ich da erlebt habe, auch ausgelöstlichen Tod meiner Schwester vor allen Dingen, dass das mediale Erfahrungen waren. Und ich habe während dieser ganzen, auch während dieser ganzen Schauspielzeit, hat nie diese Suche aufgehört nach dem, wie funktioniert das Leben. Also nachdem meine Schwester ja weg war, da war ich 16, spätestens da, wollte ich natürlich wissen, hey, warum muss sie gehen? Wer bestimmt das eigentlich? Wann hier Schluss ist? Ist das alles Schicksal? Ist das mieses Karma? Haben wir hier Einfluss drauf? Also das lief natürlich die ganze Zeit, auch während meiner Schauspielzeit, massiv mit. Und dann war ich natürlich hoch erfreut, dass ich so einen Kurs buchen konnte und dass man mir jetzt dann bitte alle Antworten gibt auf meine vielen Fragen. Ich habe natürlich auch noch viele Fragen. Zuerst einmal finde ich es, was heißt denn Medialität überhaupt? Oder was bedeutet das für dich? Medialität ist für mich in Verbindung gehen. In Verbindung gehen mit dieser universellen Energie, die uns hier leben lässt, die alles hier, aus dem alles besteht, aus dem alles kommt. Das ist für mich Medialität. In Verbindung gehen mit dem, was hinter den Dingen liegt, hinter den Vorhang zu gucken, zu spüren. Das ist für mich Medialität. Medialität ist für mich auch Fantasie, eine Vorstellungskraft jenseits meiner Vernunft und meines rationellen Denkens. Das ist für mich Medialität. Und wie kann ich mir das dann vorstellen? Wie komme ich damit in Verbindung? Also wenn ich, ich kann, ich kann einen Frosch im Hals haben. Und wie, also ich verstehe, was du sagst, aber was heißt das für, was würde das für mich konkret bedeuten, wenn ich jetzt Medial bin, heißt es, ich hinterfrage Dinge. Also wie, was mache ich damit? Oder was machst du damit? Ich habe, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, also ja, der erste Teil sozusagen mit dem schauspielerischen Weg, das war wichtig, das war toll. Ich habe tolle Erfahrungen gemacht. Das war, das war auch eine superschöne Zeit mit allen Erfahrungen. Und ich habe mehrmals erwähnt, dass es nicht mein Herzensweg war. Das heißt, ich habe ja die ganze Zeit etwas in mir herumgetragen, was ich, wo ich mir gedacht habe, so, ich fühle mich hier nicht so mit dem, was ich hier tue, nicht so fest verwurzelt, verankert. Das heißt, ich hätte, ich habe nicht wirklich, nicht hundertprozentig dafür gebrannt. Das war das Ding. Und was, wenn ich sage, ich brenne dafür, was, 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 was ist das denn? Was meint das denn? Dass ich, dass ich mich von Herzen berufen fühle, dass ich aufgehe da drin, dass ich, dass ich mich da richtig freudvoll hineingebe in eine Sache. Ich brenne dafür und das habe ich nicht getan. Nicht in letzter Konsequenz, phasenweise, abhängig von den Projekten, ja, keine Frage. Aber nicht so, dass ich war, ich wäre nicht bereit gewesen, was dafür aufzugeben, zum Beispiel, ja, also, nicht, dass man für etwas immer was aufgeben muss, das, das, das meine ich nicht. Aber damit wird da der Schauspieler oft konfrontiert, so, ja, da musst du jetzt erst mal, ne, die Ochsentour machen durch sämtliche Stadttheater im Hinterland der Republik und so. Und da brauchst du, da brauchst du jetzt, da kannst du das nicht haben, kannst du dies nicht haben, kannst du jenes nicht haben. Ich war am Anfang nur so mit diesen Mangelgeschichten konfrontiert. Und mir dachte, das will ich nicht, ja. Das ist doch nicht das Einzige, was wichtig ist im Leben. Und ich habe gemerkt, dass, dass ich, dass mein Herz danach nach mehr, ja, nach vielleicht für mich, nur für mich nach mehr Sinnhaftigkeit schreit. Und wie gesagt, ich hatte so viele offene Fragen. Ich wollte wissen, wie es, wie es Leben geht. Ich wollte wissen, hey, wie funktioniere ich eigentlich? Und wer, wer ist dieses Ich hier eigentlich? Wer bin ich denn hier, ja? Was ist denn dieser, dieser Körper, der hier sitzt? Irgendwas steckt da ja drin, was den, was, was den Leben lässt. Das wollte ich verstehen. Und das war, das war mir ganz wichtig. Da bin ich, das, das war so der, das war der Antrieb. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Hast du, hast du die Antworten gefunden für dich? Oder weißt du, wie du an die Antworten drankommst heute? Ich habe für mich einige Antworten gefunden. Ich weiß, wie man drankommt. Und es ist einfach kein, es ist kein, ja, das ja. Und dieser, dieser Weg, der, ja, das ist auch kein Ereignis, sondern ein Prozess, ja, klar. Also ich habe für mich, ich stelle mir heute keine Frage, mehr, was, was meine Weltsicht angeht. Ich bin absolut überzeugt davon, dass es hier eine, eine Kraft gibt, die uns alle leben lässt, ja. Das kann man jetzt den lieben Gott nennen oder universelle Energie oder universelles oder göttliches Bewusstsein, wie auch immer. Aus dem kommen wir. Und dann sind wir auch schon bei der Medialität. Wenn wir alle aus diesem Feld kommen, dann haben wir ja auch alle die Fähigkeit, uns zurückzuerinnern. Ich habe gerade gesagt, ne, dass dieser Vorhang ein Stückchen aufgeht und wir hinter die Dinge gucken können oder was heißt gucken, eher spüren, hineinfühlen können, um an die Wahrheit ranzukommen, die für mich wichtig oder richtig ist. Das mag eine andere Wahrheit sein als deine. Es geht um diese, also das ist Medialität für mich auch, ist zurückerinnern, in Verbindung gehen mit dem Feld, aus dem wir tatsächlich kommen, weil wir einfach so viel mehr sind als das bisschen Fleisch und Blut, was hier sitzt. Heute arbeitest du ja überwiegend als medialer Coach. Und was kann ich mir denn darunter vorstellen? Was für Menschen kommen zu dir? Mit welchen Themen oder mit welchen Zielen kommen die zu dir? Mit welchen Wünschen? Mit welchen Problemen? Durch die Bank, von alt bis jung, von groß bis klein, von egal, wo auf der sozialen Treppe sie stehen, also wirklich durch die Bank. Es sind Menschen wie du und ich, die glücklich sein wollen. Ja, das sind so ganz alltägliche Probleme. Es können Schwierigkeiten im Job sein, körperliche Schwierigkeiten, Krankheit oder irgendetwas, Krisen, so wie ich sie ja auch hatte eben, die mich dazu bewogen haben, mal tiefer zu schauen. Menschen, die an so einem Punkt stehen, wo sie sagen, hey, es reicht, es darf jetzt, es darf sich etwas verändern. Und was machst du dann mit denen? Was mache ich dann mit ihnen? Erstmal natürlich, klar, geht man in einem Vorgespräch mal ein bisschen auf diese Muster ein. Ich meine jetzt ja von dem, was, also Medialität, wie wendest du das an? Genau, also erstmal darf ich, deswegen Vorgespräch, darf ich natürlich sehen, okay, ich gehe davon aus, dass jeder, der zu mir kommt und liest, A, mediales Coaching, der dann auch offen ist dafür, aber da sage ich immer noch mal gerne ein bisschen was dazu, weil es darum geht, einmal Ja zu sagen, zu seiner eigenen Schöpfermacht, sich selber zu ermächtigen, etwas ändern zu wollen. Und dann öffne ich für diese Leute gerne einen Kanal. Das heißt, jeder, alles, was hier auf dieser Erde ist, alles, was es gibt, jeder Mensch, der hier rumläuft, ist ein Energiefeld, hat ein Energiefeld, ist ein Energiefeld. Und in diese Energiefelder kann man sich hineinbegeben. Das ist tatsächlich kein Hexenwerk, das kann man lernen. Man sagt ja auch, sich mal in jemanden hineinversetzen, da machen wir es ja auch schon im Kleinen. Man kann das in jemanden hineinspüren. Und das ist, natürlich folgt das einer gewissen Technik und es darf einem liegen, ist klar. Aber es ist jetzt nichts, was nur wenige in die Wiege gelegt bekommen. Und dann kann ich spüren tatsächlich, wo sitzen Blockaden im Energiefeld und kann weitergehen, kann gucken, was spüre ich dann noch, wenn ich tiefer gehe. Und nehme die Leute auch mit ins Boot. Also so ein mediales Coaching sieht so aus, dass ich die Leute unterstütze in dem, was sie ahnen, woran sie vielleicht noch nicht drankommen. Und dass ich aktiv mit ihnen arbeite, da wo sie sozusagen selber ihre Fäden in der Hand haben. Du hast es schon erwähnt, wie du dazu gekommen bist. Wie hast du das zuerst für dich erfahren? Also wenn du so ein Coaching damals genommen hast, welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Wie waren deine ersten Berührungen damit? Also gezogen hat es mich, weil ich, Gesundheit, weil ich schon mal eben durch den Tod meiner Schwester so eine besondere Erfahrung hatte. Meine Schwester ist mir, ich sage es jetzt einfach mal so, wie ich es damals erlebt habe, nach ihrem Tod tatsächlich erschienen. Ich habe sie gesehen, also Jenseitskontakt, ich habe Botschaften von ihr erhalten und das konnte ich damals mit 16 nicht einordnen. Ich habe gedacht, ich werde verrückt. Ich habe gedacht, ich drehe total durch vor lauter Leid und Trauer und Angst. Wie wird es jetzt ohne sie weitergehen und so? Und ich habe es beiseite geschoben. Aber ich hatte eine Frau, die zu mir mal, da habe ich mir dann ab und an mal die Karten legen lassen, da war ich ja immer auf der Suche nach solchen Dingen. Und die hat immer zu mir gesagt, sie wissen schon, dass sie medial sind. Und ich habe gedacht, wie kann ich medial sein, wenn ich in meinem Leben solche Schwierigkeiten habe, müsste ich mir, wenn ich medial wäre, müsste ich mir doch vielleicht auch selber besser helfen können. Ich habe gedacht, naja, legt zwar ganz gut Karten, aber ansonsten. Und irgendwie hat es mich aber, wahrscheinlich hat es mich auch geputzt, und es hat mich auf jeden Fall interessiert und gezogen. Und deswegen schlug mein Herz damals so höher, als ich gesehen habe, wow, da gibt es ein Seminar, wo ich an meine Medialität drankomme. Da wollte ich einfach mal wissen, was passiert da. Und während meiner ersten offiziellen Berührungen habe ich einfach gemerkt, ich komme plötzlich in ein Feld mit Informationen, die ich vom Kopf her nicht wissen kann. und die Informationen helfen mir oder eben meinem Gegenüber, den nächsten Schritt, den nächsten Schritt, den nächsten Schritt tun zu können und geben ein größeres Bild. Und vor allen Dingen fühlen sich an, als würde da etwas in Verbindung gehen. Deswegen habe ich auch gerade gesagt, dass es Medialität eben auch für mich ist, dieses wieder in Verbindung gehen, sich zurückerinnern. Wer sind wir eigentlich? Wir sind, glaube ich, absolut spirituelle Wesen, die hier eine menschliche Erfahrung machen und nicht andersrum. Und das war so dieser Aha-Effekt. Ich habe gemerkt, hey, da gibt es ein Bewusstseinsfeld, in dem gibt es die Antworten auf meine Fragen. Wie auch immer. Ob die jetzt als Bild oder als Botschaft oder als Gefühl kommen, aber sie kommen. Und wie verbindest du dich mit dem Feld oder ist es immer da? Also ist das etwas, was du immer wahrnimmst, immer siehst oder gibt es da, wie kann ich mir das vorstellen? Stöpselst du dich da irgendwo? Ja genau, hier ist ein Kabel dabei, ein Klinke-Klinke-Kabel. Nein, tatsächlich ist es so, das waren meine ersten Berührungspunkte. Es gibt eine Technik, die einem hilft. Und da gibt es auch nicht nur eine Technik, sondern was braucht es, damit man in dieses Bewusstseinsfeld hineinkommt? Letztlich darf ich dafür sorgen, dass ich ruhig werde, dass ich mich zentriere, dass ich wirklich im Hier und Jetzt bin, dass ich loslassen kann, dass der Kopf nicht mit reinspielt. Und das geht über Atem, über eine bestimmte Art und Weise der Konzentration, sodass ich einfach leichter in dieses Informationsfeld hineinkomme. Aber es funktioniert absolut über meinen Willen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt, wenn ich jetzt hier auf der Straße rumrenne, ständig irgendwie von jedem Einzelnen, der mir entgegenkommt, meine Informationen erhalte. Da bin ich auch ganz froh, das wäre ein bisschen anstrengend. Und davor Heavenly Joy, Kiri, Elysion, von einer Gruppe, wo ich den Namen leider nicht aussprechen kann. Es ist, ich lese es mal so, wie es hier steht, mit Dechin Schak Dagzai und Regula Kurti. Ich weiß, Tina Törner macht da mit. Das wäre der einfache Weg gewesen. Ja, wir haben uns gerade in der Pause sehr schön unterhalten. Wir sind hier mittendrin im Thema Medialität. Und am Ende steht natürlich das Leben dahinter. Es geht ja um das Leben. Denn es ist ja die geerdete Medialität. Wir suchen, oder ich suche immer nach Möglichkeiten. Wie kann ich ein glückliches Leben leben? Wie kann ich das Leben leben, was mein Herz sich eben wünscht? Und ja, da komme ich immer wieder an den Punkt, was ist denn jetzt mein Herz? Was ist denn mein Ego? Was ist mein Verstand? Was kommt von außen? Was kommt von innen? Und da haben wir uns auch gerade ein bisschen drüber unterhalten. Wie gehst du da für dich mit um? Oder was hast du da für dich entdecken können, Sabrina? Ich habe schon gesagt, es ist ja ein Weg, ein Prozess und kein Ereignis, sich selber so auf die Schliche kommen zu wollen und das Leben zu verstehen. Und geht natürlich auch immer ein Stückchen tiefer. Ist so wie das Zwiebelschälen. Da kommt immer noch eine Schicht und noch eine Schicht. Und ich frage mich natürlich selber auch und das Wichtigste ist da, glaube ich, tatsächlich, dass man ehrlich ist mit sich selbst, sich mal traut, wirklich sich selber wahrhaftig in die Hose zu gucken, wenn man es jetzt mal so salopp formulieren will. Warum will ich was? Wünsche ich mir jetzt Erfolg zu haben und ein dickes Auto zu fahren, damit die Leute sagen, hey, ach guck mal, der oder die hat es geschafft. Oder ist es wirklich ein tiefer Herzenswunsch und eine Erfüllung für mich, unabhängig davon, was die anderen sagen. Da darf man ehrlich sein mit sich. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und so Medialität, warum habe ich mich auf den Weg gemacht oder was war mein tiefster Wunsch dahinter? Also hier glücklich zu sein, deswegen immer geerdete Spiritualität, das ist mir wichtig. Ich möchte hier wirklich das Leben genießen können, möchte glücklich sein, möchte mich selber freilassen, hier in diesem Leben mich so zu bewegen, wie ich es gerne tun möchte. Und was gibt es da für klassische Hindernisse? Also warum tun wir es nicht einfach? Wir haben natürlich unheimlich viel mitgenommen an Begrenzungen gesellschaftlicher Art, sind erzogen worden zu die meisten, wenigstens von uns, zu braven, gut funktionierenden, lieben, fleißigen, vernünftigen Menschen. Und haben uns, glaube ich, die wenigsten von uns haben sich gefragt, hey, was will ich, will ich wirklich, 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 wirklich in meinem Leben? Und was macht mir Freude? Und auch geht ja schon los im Berufswunsch. Wie viel Antrieb ist es da, einen sicheren Job zu haben? Oder setze ich mich darüber hinweg und sage, hey, nee, ich möchte gerne Musiker werden oder Maler werden oder dies oder jenes machen, auch wenn alle sagen, oh, mach das bloß nicht, das ist nicht sicher. Wir verlieren, ich glaube wirklich, wir verlieren unsere Träume, unsere Sehnsüchte. Und die Sehnsucht, meiner Meinung nach, kommt immer aus der Seele, kommt immer aus dem Größeren, was wir eigentlich sind. Und irgendwann in unserem Leben, und ich glaube, das ist bei allen so, ob sie es zulassen oder nicht, klopft irgendwann mal das Leben an und fragt, hey, wie sieht es aus mit diesen alten Sehnsüchten, Wünschen und Träumen? Oder willst du es zugedeckt lassen? Wo kommen die denn wiederum her, die alten Sehnsüchte, Wünsche und Träume? Ich glaube, dass du, wenn du als kleines Kind hier auf diese Erde kommst, dass du damit noch sehr, sehr gut verbunden bist. Dass du, bevor du erzogen wirst, tatsächlich sehr wohl weißt, was dich glücklich macht und was dich interessiert und was du dir wünschst und wonach du dich sehnst, was du willst. Ein Kind, glaube ich, weiß das ganz genau. Bevor er es merkt, hey, wow, damit Mama und Papa mit mir zufrieden sind, muss ich mich ja schon irgendwie am Riemen reißen. Und wie hilft mir da die Medialität? Also angenommen, ich bin jetzt in der Situation, wo ich sage, boah, ich bin gerade echt unzufrieden, ich habe das Gefühl, ich bin gar nicht ich selbst, ich folge meinem Herzen nicht. Und jetzt höre ich die Sendung und denke mir, ah, da ist jemand, der könnte mir vielleicht helfen. Wie kann mir die Medialität, also was kannst du den Hörern mitgeben, wie kann Medialität mir helfen, wieder genau dahin zurückzukommen? Aufbauend eben auf dem Weltbild, dass es da ein größeres Bewusstsein gibt, ein universelles Bewusstsein, das in uns steckt, das uns lebt. Kommen wir wieder da dran? Wenn, das kann jeder ja mal für sich versuchen, wenn wir wieder, wenn wir uns erlauben, in die Stille zu gehen, das muss man ja auch erstmal aushalten können. Viele von uns tun alles, damit es bloß nicht still wird, damit man sich nicht selber begegnen muss, weil da erstmal die Angst vor der Angst da ist. Aber in die Stille zu gehen, in die, was hilft mir so ganz, ganz einfach, bevor ich jetzt zu irgendjemandem renne, zu irgendeinem Medium und mir sagen lasse, wer ich bin und was ich bin. Es ist immer, immer ein toller Weg, erstmal selber reinzufühlen. Denn wir haben alle, jeder, jeder hatte schon mal dieses Bauchgefühl, jeder hat schon mal aus dem ersten Impuls heraus irgendwas gemacht und hat gesagt, das war gut oder anders. Viele Beispiele gibt es ja, wo man sagt, hey, ich habe mich entgegen dieses ersten Impulses anders entschieden und habe hinterher gemerkt oder stehe hinterher da und sage, Mensch, hätte ich doch bloß auf meinen Bauch gehört. Diese Momente hatte ja jeder und das ist ja schon Medialität. Da bist du ja schon in Verbindung mit etwas tief in dir, mit einer tieferen Wahrheit. Und der können wir nur begegnen, wenn wir still werden, tatsächlich. Das mag jemandem gut, vielen gut gelingen, wenn man in die Natur geht zum Beispiel oder eben, ja, sich mal zurückzieht, sich mal eine kleine Auszeit nimmt, indem man mal die Tür zumacht und für sich ist und mal kein Fernseher anhat, mal, Entschuldigung, wenn ich es jetzt sagen darf, mal kein Radio, außer natürlich Radio rein will, ist klar. Aber ihr wisst, was ich meine. Und dann mal, sich selber mal zu erlauben, die Antworten kommen zu lassen auf die Fragen, die man hat. Und ich sage bewusst, kommen zu lassen. Das ist, es ist dieses, dieses Mediale, dieses Intuitive, dieses, das ist, das ist eine Stimme, die aus dem, die übers Herz oder aus dem Herzen kommt. Oder wie gesagt, manche nennen es, sagen wir dazu, Bauchgefühl. dieses, das kommt, diese Antworten kommen, aber die kommen, die kommen vielleicht anders, als, als wir das so gewohnt sind oder erwarten. Es ist nicht wie so eine Stimme, so ein kleines Männchen, das wir so im Ohr haben, sondern das mag kommen über ein Gefühl, das mag kommen über, über Bilder oder über, man nennt es auch Hellwissen, einfach zu wissen, dass ich, was weiß ich, da wo ich bin in meinem Leben, da wo ich stehe, dass ich, dass ich eine Lüge lebe, dass ich, dass ich, so nicht glücklich werde, zum Beispiel. Das ist mal das Allerwichtigste, mal still zu werden und sich mal trauen, wirklich diese, sich selber diese Fragen zu stellen und zu warten auf die Antwort. Und für all die, die dann keine Antwort kriegen oder die vielleicht noch so zu sind oder so in ihren alten Mustern gefangen, dass sie sagen, nee, kriege ich keinen Kontakt, denen würde ich dann durchaus empfehlen, hey, dann sich mal Hilfe zu holen. Ja, aber erst mal wirklich selber, weil es ist, es geht ja, was ist Medialität? Es ist eine tiefe, tiefe Wahrheit aus dir selber heraus. Und das, der kann jeder begegnen, jeder. Und ich glaube, viele wissen auch sofort, was gemeint ist und ich glaube, ich glaube, viele haben diese Erfahrung schon gemacht. Bei mir kommt dann die Frage hoch, warum passiert mir das denn immer wieder? Warum verliere ich immer wieder diese Verbindung? Warum vergesse ich das immer wieder? Warum passiert mir immer wieder der gleiche Mist? Kann das nicht, wenn ich mal in dieser Verbindung bin und sich das gut anfühlt, warum kann das nicht einfach mal so bleiben? Ja, ich wünsche, ich könnte sagen, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Die Fragen habe ich mir auch schon oft gestellt. So ist es nicht. Aber ich glaube, wir Menschen sind, wir sind Strebende. Wir wollen, wir geben uns auch nicht zufrieden. Wir wollen weiterkommen. Ich glaube wirklich, dass es hier auch eine Entwicklungsreise ist, dass wir hier sind für uns, meine Meinung, muss jetzt keiner glauben, aber dass wir hier sind, um eine Entwicklung, eine Seelenreise zu machen und etwas Bestimmtes vielleicht auch zu lernen oder zu erfahren. und deswegen treibt es uns auch immer weiter. Das ist mal das, das ist das eine. Ja, wir, wir unterliegen, wir können ja auch nicht auf dem, auf dem Pausenknopf drücken, wenn irgendwas besonders toll ist, sondern ein kosmisches Gesetz, das alles gewisse Zeiten, Zyklen und Rhythmen hat. Etwas, eine Welle nach oben geht und wir sagen, ja, jetzt habe ich es wirklich gespürt, jetzt weiß ich, ich bin mit allem verbunden und da ist etwas, was mich führt, wenn ich, wenn ich es zulasse, das ist ja das Wichtigste und da bleibe ich jetzt, das roste ich jetzt ein, sondern natürlich wird es auch eine Zeit kommen, wo, und ich sehe es dann so, mir wurde gezeigt, pass mal auf, das bist du, das ist drin und jetzt geh wieder in dein Leben hinein, deswegen geerdete Spiritualität und erinnere dich, wer du bist und tue es im Alltag, während du deine Butterbrote schmierst und die Küche sauber machst und von Termin zu Termin oder was auch immer, auch während du dein Klo putzt, erinnere dich, wer du bist. Das ist die Herausforderung. Und ich frage jetzt einfach so blöd, wie hilft mir das, wenn ich mich daran erinnere, wenn ich keine Lust habe, mein Klo zu putzen und weiß, wer ich bin, dann habe ich, glaube ich, immer noch keine Lust, mein Klo zu putzen oder doch? Doch. Ja? Doch, ja, weil, weil wir, weil es gar nicht letztlich, in letzter Konsequenz, geht es, geht es gar nicht so sehr um das, was wir tun, sondern um die Haltung dahinter. Und wenn ich diese, wenn ich diese Verbundenheit spüre, wenn ich immer tiefer sozusagen wahrnehmen kann, dass es hier eine Verbindung gibt zu allem, was ist, dass wir nicht voneinander getrennt sind, dann ist es die Konsequenz daraus, wenn es hier, wenn uns hier göttliches Bewusstsein lebt, dann steckt das in dir, dann steckt das in mir, dann steckt das in allem, was hier ist und in jedem von uns. und wenn ich diese Verbindung mehr und mehr spüren kann, man muss jetzt gar nicht so groß aufhängen, dieses göttliche Bewusstsein, wenn ich eine liebevolle Verbindung eingehen kann zu dem, was ist, was ich bin und was um mich herum ist, dann ist es gar nicht mehr so, dann ist es nicht mehr, ich glaube, nicht mehr so wichtig, was du machst. Dann kann auch ein Moment, wo ich, wie gesagt, wo ich das angeschimmelte Geschirr von gestern spüle, ein schöner Moment mit mir sein und dem, was ist. Würde das im Umkehrschluss heißen, wenn ich keine Lust habe, meine Toilette zu putzen, dass ich die Verbindung zu mir verloren habe? Ich habe nämlich sehr oft keine Lust, keine Lust, meine Toilette zu putzen oder das Geschirr abzuwaschen. Ich glaube nicht, dass man jetzt, dass man so streng sein muss und sagt, okay, wenn du dir dein Klo nicht mit Freunden und einem Kurier lasst und putzt, hast du die Verbindung zu dir verloren. Das glaube ich nicht. Natürlich gibt es immer noch Dinge, ich gehe auch lieber in meinen Garten und schneide meine Rosen, als dass ich irgendwie, was ich dringend machen müsste, mal den Keller sauber machen. Das darf man jetzt nicht so eng sehen. Den habe ich dafür neulich aufgeräumt. Okay. Der Neid schleicht ihr nach. Mit Spaß. Siehste. Ja, genau. Nein, aber es geht wirklich, es geht darum, bei sich zu sein in diesen Momenten oder feinsterweise in jedem Moment. Aber wem gelingt das schon? Wer ist schon wirklich immer, immer bei sich? Ja, aber wenn ich es bin, dann spielt es tatsächlich, dann spielt alles andere gar keine so große Rolle mehr. Dann ist es gar nicht so wichtig, ob ich jetzt im Stau stehe, was ich eigentlich normalerweise auch nicht so gerne mache. Oder ob ich gerade freie Fahrt habe. Ja, wenn ich in Verbindung bin mit mir, mit dem, was mich da lebt. Wenn ich, ja, wenn ich mit einem geöffneten Herzen für mich sein kann. und dann natürlich, wenn ich es für mich bin, kann ich es auch im Außen sein. Wäre es dann konsequent zu sagen, okay, also entweder, ich stelle jetzt erst mal die Verbindung zu mir her und putze dann mein Klo oder ich mache was anderes. Nee, das ist tatsächlich das Einzige. Also das ist es, ja, die Verbindung zu dir selbst herzustellen. Dann ist alles andere beseelt. Das, das glaube ich absolut. Das ist so. Ja, nur wenn es mir nicht gelingt, darauf wollte ich hinaus. Wenn es mir nicht gelingt, wäre es dann konsequent zu sagen, nee, dann mache ich jetzt was anderes, was mir Freude bereitet oder was, was, wo mein Herz singt. Schokolade essen zum Beispiel. Natürlich gibt es Entsprechungen. Ich habe ja auch hier lange davon erzählt, dass ich erst mit der Schauspielerei angefangen habe, dass mein Herz gesagt hat, hey, da gibt es einen anderen Weg. Natürlich gibt es Dinge, die uns entsprechen, wo wir merken, hey, da fängt sofort in mir an, alles Juhu zu schreien und aufzugehen. Und es gibt andere Sachen, die knallen jetzt nicht so bei mir. So hat das ja jeder. Und es gibt viele, viele Dinge in unserem Leben. So ist unser Leben nun ja auch geregelt. Wir haben ja gewisse Dinge, Dinge, die wir durchaus machen dürfen. Tausend kleine Abläufe irgendwie so, die so einen Tag funktionieren lassen. Und davon mag ich vielleicht das eine lieber machen oder das andere weniger gerne. Okay, ja. Aber es wird sozusagen, wenn ich bei mir bin, wird es nicht mehr so in Reibung gehen. Und wie gesagt, und trotzdem gibt es natürlich für jeden etwas, wo er sagt, hey, wow, ja, das möchte ich gerne. Wenn ich jetzt eine Frage habe und ich finde in mir die Antwort nicht und ich gehe dann zu jemandem, wie zum Beispiel zu dir, und dann kriege ich diese Antwort durch dich durchgegeben, wenn ich das richtig verstehe. Woher weißt du, dass das meine Antwort ist? Also es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man medial arbeiten kann. Das eine ist eben, wie ich schon sagte, das ist das Auslesen eines Energiefeldes. Und das andere ist, dieses Channeln ist die Möglichkeiten, eine Botschaft aus der geistigen Welt zu bekommen für einen Klienten oder eben für einen selber. Und das heißt, im Grunde genommen ist man Kanal für eine Frequenz, für eine höher schwingendere Frequenz, die da fließen möchte und die man übermitteln darf. So kann man sich das vorstellen. Und so ähnlich wie so beim Radio am Knöpfchen drehen, den Sender einschalten, so lange drehen, bis ich die bestimmte Frequenz habe. Und ich kann nur sagen, es fühlt sich anders an. Ich merke, dass es nicht meine, aus dem Kopf heraus, wie auch immer, vorbereitete Wahrheit ist, sondern es kommt aus einer anderen Quelle. Es fühlt sich wirklich an, als würde etwas durch mich durchfließen. Ein bisschen fühlt sich so an, als wenn von oben etwas runterdrücken würde. Das ist das eine, also das Gefühl. Das andere ist, dass ich auf viele Fragen, wenn Leute kommen, ich unterhalte mich ja auch mit denen kurz vorher, ein bisschen, wo so der Schuh drückt, wie auch immer, dass man gucken kann, besser gucken kann, was man macht, wohin man geht. Und da gibt es durchaus Dinge, wo ich sage, hey, da wüsste ich jetzt auch keine Antwort drauf. Und wenn ich in dieser Verbindung bin, kommt ganz klar und logisch kommen Antworten, kommen Hinweise, wie auch immer. Und wenn ich dann, ich merke dann immer, dass ich auf diese Antwort, also die hätte mein Kopf sich nicht ausdenken können, da wäre eine Antwort schuldig geblieben, sagen wir mal so. Und das sind so zwei, schöne Merkmale. Und gibt es Fragen, die man nicht stellen sollte oder nicht stellen kann? Also ich kann nur sagen, natürlich möchte man gerne, und da nehme ich mich nicht aus, ich habe die Fragen am Anfang auch so gestellt, also worum geht es? Es geht ja darum, dass wir eine Entwicklung durchlaufen. Das heißt, die geistige Welt, oder dieses Bewusstseinsfeld oder wie auch immer man es nennen möchte, ist dafür da, uns zu unterstützen, unsere schönste, jetzt sage ich es wirklich mal so blumig, unsere schönste Version unseres Selbst zu leben. Aber sie wird uns keine Entwicklungsschritte ersparen, wenn wir das brauchen. Wenn ich es brauche, dass ich nochmal den Verlust eines geliebten Menschen erspüren darf, weil ich darüber hinaus an eine tiefere Wahrheit für mich komme und das mein Wachstumsschritt ist, dann wird es passieren müssen. Und da wird es mir nicht helfen, dann wird mir kein Engelchen aus diesem Universum was flüstern können, damit ich diese Erfahrung nicht machen muss. Oder Leute kommen und sagen, wollen wissen, was soll ich jetzt konkret tun? Gibt es jetzt irgendwie Entscheidung A oder Entscheidung B oder ist Entscheidung C die richtige? Und es gibt immer liebevolle Hinweise, aber sie nehmen uns nie diesen eigenen Entwicklungsschritt. Sie unterstützen liebevoll, sie sagen uns, sie geben uns natürlich eine Richtung, aber wir sind immer aufgefordert, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen. Wie stelle ich denn dann am geschicktesten eine Frage? Also welche Fragen bringt es wenig zu fragen, sondern wie hast du da einen Tipp, wie kann ich am besten eine Frage formulieren? Welche Fragen brauche ich in dem Sinn gar nicht zu stellen, weil die Antworten wenig Sinn ergeben? Oder spielt es gar keine Rolle? Oder kann ich jede Frage stellen? Also vielleicht macht es ja gar keinen Unterschied. Grundsätzlich ist es schon so, ich habe am Anfang gedacht so, oh Mann, das ist viel zu banal, das kann ich nicht fragen. Und die geistige Welt ist immer unheimlich liebevoll. Seit dieser Zeit weiß ich eigentlich erst mal mit dem Wort Engelsgeduld was anzufangen. Sie werden nie müde, dieses Feld wird nie müde, liebevoll Energie zu halten. ist immer aufbauend, ist immer nährend, ist immer unterstützend. Das absolut. Und Sie sagen selbst, haltet eure Fragen nicht für zu banal, als dass ihr sie stellen würdet. Wir beantworten sie gerne. Es ist nur so, die geistige Welt wird nicht mir meinen Fahrplan aus den Händen nehmen, wird sagen, und jetzt machst du mal das, machst du mal das, machst du mal das, sondern wird immer einen liebevollen Raum aufmachen, damit ich mich selber entscheiden darf. Also sollte ich zum Beispiel nicht fragen, was muss ich tun, sondern wie komme ich da hin? Oder macht das gar keinen Unterschied? Ja, ja, ich hoffe, dass der Unterschied klar genug ist, wenn man zuhört. was unterstützt mich auf meinem Weg dahin? das wären so, das geht dann so in die Richtung. Und nochmal zu deiner persönlichen Erfahrung. Wie hast du das damals erlebt? Kannst du das nochmal ein bisschen genauer schildern? Du hast, wenn ich das richtig verstanden habe, einfach sehr früh schon einen Zugang dazu gehabt. Deswegen war das vielleicht für dich ja sowas wie eine Entdeckung der Selbstverständlichkeit. Für mich ist es eher so, ich habe da wenig Zugang gehabt und ich habe auch heute immer noch so meine Schwierigkeiten, sage ich ganz ehrlich. Und deswegen bin ich aber auch so interessiert daran. Wie war das für dich? Bist du da eben an was drangekommen, wo du einfach sagst, naja, das ist doch selbstverständlich so? Oder gab es da eben auch Momente, wo du die Dinge in Frage gestellt hast? Natürlich gab es die. Ich fand es bisweilen auch echt spooky. Aber die Erfahrung, die ich da am Anfang hatte, die konnte ich mir erstmal erklären. Ich meine, das ist ja schon abgedreht, wenn ich sage, so nach dem Tod meiner Schwester sehe ich plötzlich den ganzen Raum in grünem Licht, wirklich knallknatschgrün, ihr Gesicht riesig, wie mit so einem Beamer an die Decke gestrahlt. Und sie fängt an, mit mir zu sprechen. Und dazu hatte ich auch noch eine außerkörperliche Erfahrung. Also ich zwischen, ich lag auf dem Bett und ich lag nicht auf dem Bett. Also da waren ja schon Dinge, wo ich, deswegen meinte ich vorhin auch, ich dachte, ich, jetzt, jetzt, jetzt holen mich dann als nächstes die Leute mit der Selbstliebejacke ab und den weißen Turnschuhen, ja. Aber ich kriegte plötzlich eben eine Erklärung dafür und die konnte ich rational bis auf, gut, ich habe eine Schraube locker, nicht finden. Also in Verbindung mit dieser Medialität, mit diesem Entdecken dessen, was da eigentlich ist, wusste ich plötzlich, hey, es ist, es ist hier nicht zu Ende. Energie geht nicht verloren, wenn wir aus diesem Körper gehen, ist das, was uns lebt, was hier gerade drin steckt und mich lebendig macht und dich lebendig macht, ist nicht weg, ist auf einer anderen Ebene. Und wenn ich mich öffne dafür, wenn ich es, wenn ich, wenn ich offen bin dafür und wenn ich einen entsprechenden Raum dafür öffne, dann kann ich in Kontakt kommen damit. Und diese Botschaften bekomme ich, damit ich hier meinen Weg gehe. Was hat meine Schwester damals zu mir gesagt? Mach dir keine Sorgen, es wird alles gut. Und damals habe ich gedacht, mein Leben ist zu Ende. Hier wird gar nichts mehr gut. Gar nichts mehr. Und dann hatte ich immer wieder einen Traum, den habe ich über Jahre gehabt. sie geht auf einem Weg, ich neben ihr, sie nimmt mich ein Stück an die Hand und das war für mich im Nachgang genau dieses Stück der Schauspielerei, diese Jahre dieser schauspielerischen Erfahrung. Sie nimmt mich ein Stück an die Hand und irgendwann hat sie meine Hand losgelassen und dann, wer diese Bilder noch kennt, diese Testbilder, die dann irgendwann beim Fernsehen, die dann irgendwann so in Schneekrisel übergehen, dann verschwindet sie in diesem Schneekrisel-Testbild. Diesen Traum hatte ich über Jahre und heute ist mir klar, Mensch, genau, das war der Teil, den ich entdecken durfte. Sie hat mich ein Stück an die Hand genommen und ich glaube, die hat da oben auch ganz schön geschraubt, dass das so läuft, wie es gelaufen ist. Und dann gab es den Moment, wo es darum ging, und jetzt komm in deine eigene Größe und jetzt guck wirklich, welches Potenzial auch bringst du hier mit. Und ich habe heute absolut das Gefühl, wie heißt es so schön, wenn es leicht geht, ist es göttlich. Und das fällt mir leicht. Heißt es, also es berührt mich zum einen, wenn du das erzählst, zum anderen frage ich mich natürlich, heißt es, wir müssen, gilt es für uns alle, dass wir durch so eine Leidensphase durchgehen müssen, um dann in die eigene Kraft zu kommen? Ich glaube, da wir von Natur aus doch ziemlich bequeme Wesen sind, braucht es schon Aufrüttler. und ich habe mich auch gefragt, warum muss das in vielen Fällen mit Leid verbunden sein? Aber was bewirkt, was bewirkt es, dass ich selber durch eine gewisse Leidensphase gegangen bin, dass ich heute mitfühlend bin? Ich glaube, das hat ja auch alles immer seine zwei Seiten. Es ist ja nicht immer alles nur schlecht. Und bevor in unserem Leben wirklich was Tolles passiert, glaube ich, sind wir schon durch viele Schlagbäume durchgerauscht, ohne die Zeichen irgendwie gelesen zu haben. Ja, ich glaube schon, dass es vielleicht im Moment noch vielleicht sind wir irgendwann mal so hoch schwingend, dass wir das nicht mehr brauchen. Ich glaube, im Augenblick sind diese Wachrüttelphasen tatsächlich doch noch wichtig. In welcher Dramatik auch immer wir jetzt da keinem Angst machen, das meine ich überhaupt nicht. Das kann auch ganz undramatisch sein. Aber ich glaube, wir brauchen dieses Jetzt reicht es. Es muss eine Situation im Außen kommen, wo ich für mich sagen kann, so mache ich nicht mehr weiter, es reicht. Dann kann sich etwas ändern. Das, glaube ich, durchaus brauchen wir. Das kann bei, wie gesagt, kann ja auch unblutig stattfinden. Und ist das so was wie ein Entschuldigung, ist das so was wie ein On-Off-Schalter, die Medialität? Also entweder ich bin verbunden, entweder ich bin da drin oder nicht. Und ist das was, in dem ich quasi immer besser werden kann, wie wenn ich jetzt singen lerne und sage, okay, jetzt fällt mir das immer leichter. Kann ich mir das so vorstellen? Ja, tatsächlich schon, weil es Also erfordert es auch Training sozusagen? Ja, ja, weil es immer feinfühliger macht. Wir sind nun mal lange, lange, lange hier durchs Leben gelaufen und haben dem Kopf den Auftrag erteilt, uns glücklich zu machen. Und jetzt sage ich, oh, und jetzt möchte ich meine Medialität entdecken, jetzt möchte ich über mein Herz gehen. und dann kann das schon sein, dass da viele Krusten vor dem Herzen liegen, ja, vor diesem Zugang zu dem, was wir da eigentlich sind. Und mit jedem Tiefergehen, mit jedem Reinspüren, auch mit jeder Meditation, die man dann vielleicht macht oder die ich gemacht habe, habe ich gemerkt, ja, Ich werde feinfühliger. Also diese, diese, dieses Bewusstseinsfeld, aus dem wir kommen, kommuniziert ja über unsere Sinne mit uns. Und wenn ich mich lange abgestumpft habe, darf ich mir auch ein, darf ich mir auch liebevollen Raum aufmachen, um wieder feinfühlig zu sein. Wir nähern uns leider, leider dem Ende der Sendung. Ich habe trotzdem noch eine Frage, also wir haben noch zweieinhalb Minuten. Trotzdem frage ich noch kurz, geerdete Medialität, wie kann ich denn darauf achten, dass ich geerdet bleibe? Ich kann nur sagen, für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, raus in die Natur. Wir haben das kaum noch. Viele springen ins Auto irgendwie, durch die Tiefgarage, in die nächste Tiefgarage und rennen ins Büro und gehen abends ins Fitnessstudio, durch die Tiefgarage und wieder nach Hause. Was wirklich, das ist nicht besonders förderlich, um mir hilfende Verbindung zu dieser, tatsächlich sage ich mal, Mutter Erde zu spüren. Also dieses, dieses bewusste Erden draußen, in der Natur, mit sich, in der Stille, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Tatsächlich helfen auch Dinge wie Barfuß laufen, ist eine, ist eine ganz praktische Geschichte. Auf die Atmung zu achten. Also viel über den Körper zu machen. Ja, viel über den Körper, weil der verbindet uns mit Mutter Erde. Ja, genau. Ja, ich habe es eben gesagt, wir sind leider schon am Ende der Sendung angekommen. Bevor wir zu den letzten Worten kommen, möchte ich darauf hinweisen, dass es heute wieder den Lebenssymbol der Stammtisch gibt, wie immer am Café de Sol, am Kochbrunnenplatz, um 19 Uhr. Wenn du Lust hast, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dann komm einfach vorbei. Die nächste Sendung findet jetzt wegen Ostern erst in vier Wochen wie der Start dem 6.5. von 15 bis 17 Uhr. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, liebe Sabrina, vielen, vielen Dank, dass du den Weg auf dich genommen hast, dass du extra hergekommen bist. Und die letzten Worte, die letzten 20 Sekunden gehören dir. Ja, Mensch, Mario, es hat mir viel Freude gemacht. Vielen, vielen Dank. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß, eure Herzimpulse zu entdecken und denen hoffentlich zu folgen. Dankeschön. Weitere Informationen über die Angebote und Seminare von Marius Schäfer findest du im Internet unter www.marius-schäfer.de